Heute gucken wir uns den ersten großen Design-Trend 2020 an. Diesen werden wir mit Adobe XD bauen, also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Adobe XD Tutorial 2020. Heute geht es darum, wie wir Neumorphism, oder wie auch immer man dieses Wort hier ausspricht, ausprobiert bzw. wie wir das in den Adobe XD baut. Das Ganze ist richtig cool, ich bin in letzter Zeit auf Ribble ziemlich oft drauf gestoßen und dachte, ich will es einfach mal zeigen, auch wenn ich mir noch nicht so richtig sicher bin, ob ich es gut finde oder echt schlecht. Das, keine Ahnung, muss jeder sich selbst Meinung bilden, schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr darüber denkt. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben Discord Community Server, Join the Community, sagt Hallo und ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Nächste Woche allerdings gibt es einen zweiten Part und zwar, wie man das Ganze dann wirklich in CSS umsetzt, wie wir das dort bauen können. Für alle, die Kanalmitgliedschaft abonniert haben, die finden dieses Video schon unten in der Videobeschreibung bzw. auf der Kanalmitgliedschaftsseite verlinkt, was heißt, ihr könnt euch das schon angucken. Ansonsten müssen alle anderen leider bis nächste Woche warten. Aber ja, verlieren wir keine Zeit und legen direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Wie ihr seht, habe ich hier Adobe Station aufgerufen, habe hier schon eine Zeichenfläche vorbereitet und wir fangen jetzt auch gleich an, das alles zu erstellen. Aber grundsätzlich, wie funktioniert dieser Design-Trend prinzipiell? Okay, und zwar ist das ziemlich leicht. Wir machen jetzt hier mit unserem Rechteck-Werkzeug einfach nur mal ein Rechteck. Diesem Rechteck geben wir jetzt hier unten bei unserer runden Ecken einfach nochmal eine runde Ecke mit. Wir sagen jetzt einfach mal 30, damit das auch schön rund ist. Wir wollen keinen Rahmen haben. Wichtig ist, dass unsere Fläche dieselbe Hintergrundfarbe hat wie unser Hintergrund selbst. Das können wir hier oben über meinen Farbton regeln. Hier habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. und jetzt ist es quasi unsichtbar. Das nächste, was wir machen, ist, wir gehen auf Schatten, aktivieren diesen. Und jetzt seht ihr schon, wir haben hier einen Schatten. Dieser ist nach unten versetzt mit drei Pixeln und sonst sechs Pixel weit. Wir machen jetzt fünf Pixel nach links und fünf Pixel nach unten. Und unser Schatten ist auch nur fünf Pixel breit quasi. Und so erzeugen wir jetzt einen Schatten, der so dunkel nach unten geht. Und wir machen uns das Ganze jetzt so ein bisschen leichter und sagen hier mit der Pin-Pette, Wir wählen unseren Hintergrund aus und gehen jetzt hier einfach ein Stück runter, sodass unser Schatten auf der Hintergrundfarbe unseres Vordergrunds quasi basiert, bis wir sowas haben. Das gefällt ganz gut. Jetzt haben wir den Schatten auf der unteren Seite. Das nächste, was wir machen, wir drücken STRG-C, STRG-V, haben jetzt unsere Fläche kopiert, haben jetzt quasi zwei davon und gehen jetzt wieder auf Schatten, wählen aber hier im Prinzip wieder unseren Hintergrund aus, ziehen das jetzt aber ins Weiße und nicht ganz so weiß, so etwa, und machen jetzt hier unser Schatten soll nicht nach unten versetzt sein, sondern unser Schatten soll negativ nach oben gezogen werden. Und in diesem Moment haben wir zwei Flächen, die quasi den Schatten in beide Richtungen erzeugen. Und in unserem Fall das Licht simulieren, als wenn es so von hier auf die Fläche trifft und so so einen 3D, so einen plastischen 3D-Effekt erzeugen. Natürlich kann man das auch spiegeln, was heißt, ihr könnt auch den Schatten in eine andere Richtung ausrichten und müsst das dann anpassen. Prinzipiell empfehle ich, wenn man so etwas hier gemacht hat, das jetzt zu markieren, diese beiden Flächen, und mit STRG-K eine Komponente zu erstellen. Diese nennen wir jetzt einfach mal Hintergrund, so. Das soll man vielleicht auch in der Richtung schreiben, Hintergrund, so. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir hier die Komponente haben, wir können jetzt hingehen und diese Komponente passend für unsere Flächen transformieren und überall hinschieben. Was heißt, wir können jetzt hier eine machen, kopieren uns das, das wollen wir nicht, haben jetzt hier eine, kopieren uns die, schieben die hier unten hin und haben jetzt zum Beispiel zwei Flächen und können die einzeln anpassen. Was heißt, wir haben jetzt diesen Effekt einmal definiert als Hintergrund und können den überall verwenden. In unserem Fall wollen wir uns jetzt hier unten so ein Login machen, was heißt, ich nehme hier so ein Login-Feld, sage jetzt Schrift, schreibe hier rein Login und in meinem Fall möchte ich jetzt das hier einfach schnell definieren, was heißt, ich habe im Vorfeld schon vorbereitet, eine Robotoschrift, 18 Pixel, das markiere ich und das markiere ich, sage jetzt zentrieren und auch vertikal und horizontal zentrieren und habe jetzt hier meinen Button, den kann ich wieder markieren, STRG K und nenne das ganze Button. Was heißt, das ist jetzt eine neue Komponente, die auf unserer letzten Komponente beruht und so haben wir jetzt einen Button dynamisch erzeugt. Der soll jetzt hier in so einem Umfeld sein, was heißt, wir wollen darunter noch ein Call to Action haben, das nennen wir Registrieren. Ich glaube, das habe ich falsch geschrieben, aber ich sehe es gerade nicht. Ja. So, ist richtig geschrieben jetzt und das Ganze zentrieren wir ebenfalls und schieben das unter unseren Button. Das Ganze, weil wir ordentlich sind, gruppieren wir uns das und haben jetzt hier unten schon bei unserem Call to Action. Der finde ich schon so ein bisschen plastisch 3D-mäßig aussieht, halt wie dieses typische Soft UI-mäßige. Wir wollen jetzt noch eine kleine optische Trennung, weil, ja, wollen wir hier einfach so eine optische Trennung haben, dass das so ein bisschen vom restlichen Design losgelöst ist. Dafür nehmen wir jetzt uns einen Kreis, weil wir können diesen Effekt mit quasi allem erzeugen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Kreis. Diesen Kreis mache ich jetzt mal exakt so groß wie unsere Zeichenfläche. So, auch hier wieder Rahmen ausblenden. Kreis muss dieselbe Hintergrundfarbe haben wie unser Hintergrund. Auch hier aktiviere ich wieder unseren Schatten, sage 5 Pixel nach unten, 5 Pixel nach links. Schatten ist 5 Pixel. und unser Schatten hier ebenfalls. Wir wählen unsere Hintergrundfarbe aus, ziehen das Ganze hier so ein Stück runter, kopieren unseren Kreis einmal, machen das Ganze hier natürlich auch wieder exakt auf dieselbe Weise, nämlich in die andere Richtung, sagen jetzt hier unser Schatten, kopieren wieder unsere Hintergrundfarbe, ziehen das ein bisschen in Zelle und haben hier jetzt unsere Form. Ja, so gefällt mir das. Das Ganze markieren wir uns jetzt auch, machen daraus wieder eine Form, sagen hier Hintergrundkreis und können das jetzt hier runterziehen. In unserem Fall sage ich jetzt einfach mal hier hin und in unserem Fall soll das Ganze in den Hintergrund. Zack. Hier unten ist jetzt so eine hässliche Form, das wollen wir nicht. Was heißt, wir sagen jetzt unserem Kreis, der kriegt jetzt noch eine kleine Maske. Was heißt, wir setzen den hier an, so ziehen das hoch, sagen hier unser Kreis mit Form maskieren und jetzt können wir unseren Kreis hier runter, beziehungsweise wir lassen den hier und ziehen ihn aber wieder in den Hintergrund. Zack. So, jetzt haben wir hier unseren Hintergrund, beziehungsweise unseren Kreis, hier unseren Button mit Registrieren dort runter, so einen kleinen Call to Action und das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ist jetzt nicht das schönste Design der Welt, aber es funktioniert. Wir können das hier auch noch ein bisschen verzerren, dass es ein bisschen breiter wird. Ich finde es persönlich so gar nicht so gut. Ich mag es so, wenn man hier noch so ein bisschen von dem Dunklen sieht. Aber wir wollen jetzt weitermachen. Und zwar haben wir jetzt, hier oben soll noch irgendwas hin. Wir schreiben jetzt einfach mal eine Überschrift, bleiben meinem Motto treu und zentrieren das Ganze mit Iceland, zentrieren das Ganze auf der Seite, kopieren uns diesen Schriftzug und sagen jetzt hier Hashtag Neumorphism. Das Ganze kriegt jetzt einfach auch wieder eine normale Schrift. Zack, das schieben wir jetzt hier unten drunter, machen daraus eine Gruppe, schieben das hier oben hin und haben eine Headline. Jetzt brauchen wir noch irgendwie so einen Eyecatcher. Wir wollen ein bisschen interaktives Element haben, was wir auch später bauen können. Und das ist ziemlich einfach. Und zwar wollen wir einfach so einen kleinen Image Slider haben, der auch in diesem Stil sich bewegt. Den werden wir später mit CSS ein bisschen umsetzen. Das Ganze wird dann ein bisschen aufwendiger, aber dafür ziemlich cool. Und ja, dafür brauchen wir jetzt wieder unseren Hintergrund. Was heißt, wir ziehen hier unser Rechteck rein, machen uns das ein bisschen größer. So was in dieser Richtung hier. Und das ist unsere erste Karte. Ich gehe jetzt hier mal rein und kopiere mir einfach mal so eine Fläche hier raus, die ich jetzt ein ganz bisschen kleiner mache. Also hier mache ich erstmal von der Fläche den Schatten aus, weil den brauchen wir nicht. Dafür brauchen wir das, was wir sehen. Und das müssen wir jetzt einmal kurz ausrichten. Und zwar schieben wir den jetzt einfach hier oben rein, machen das hier, sagen wir das zweimal, das wollen wir nicht, richten das hier in der Mitte aus. So, das soll jetzt auch noch unten etwa derselbe Abstand sein. Und das Ganze machen wir jetzt noch links und rechts. Wenn man alt gedrückt hält, bewegt der im Prinzip das an beiden Seiten. Und was wir jetzt noch machen, wir müssen das hier in der Mitte ein bisschen kleiner machen von den Rundungen, damit das auch wirklich passt, wenn wir eine Fläche in der Mitte kleiner positionieren wollen. So, das ist jetzt unsere Karte. Ich habe im Vorfeld hier schon mal drei Bilder vorbereitet. Was wir jetzt im Prinzip machen werden, ist, wir nehmen diese Karte, schieben das hier auf den Auszug, wo wir wollen, kopieren uns diese Karte mit STRG-C, schieben die hier drauf, kopieren sie uns nochmal mit STRG-C, markieren jetzt diese beiden Flächen, sagen mit Form maskieren, markieren die wieder mit STRG-Umscheid gedrückt halten, beide Flächen, drücken auch hier mit Form maskieren und dasselbe noch ein drittes Mal mit Form maskieren. So haben wir im Prinzip drei schöne Bilder, die wir jetzt wunderbar bearbeiten können. In unserem Fall markiere ich mir jetzt diese Fläche, sage STRG-C, nochmal STRG-C, markiere mir diese beiden Flächen, sage ich möchte das Ganze gerne zentrieren, ich möchte das hier in den Hintergrund haben, ich markiere diese beiden Flächen, sage ich möchte das schön zentrieren, auch hier wieder in den Hintergrund, anordnen in den Hintergrund und auch hier das Ganze wieder zentrieren und das Ganze hier oben in den Hintergrund. So, jetzt markieren wir uns diese beiden Sachen, drücken STRG-G, die beiden Sachen, STRG-G und diese beiden STRG-G. Damit haben wir uns jetzt drei Objekte erschaffen, die wir gruppiert haben, können diese drei Objekte jetzt mit der Shift-Taste gedrückt halten, markieren, sagen wir wollen die alle gleichmäßig ausrichten, wir sagen jetzt, das ist unsere Link, das ist unser rechts, das ist unsere Mitte, wir müssen das ein bisschen weiter rüberschieben, so markieren uns diese drei Flächen, sagen wir wollen die ausrichten, wir wollen die auch hier zueinander richtig ausrichten, drücken wieder STRG-G, haben die jetzt also in der Gruppe und haben die hier wunderbar in der Mitte unsere Screens platziert. Das heißt, wir haben jetzt hier schon so einen richtig schönen 3D-Effekt, dass hier so der Anschein erweckt wird, von hier oben kommt Licht, stößt hier auf so Bilder, die aus der Wand rauskommen. Hier unten habe ich ein Login, hier fehlen jetzt noch so drei Buttons, die können wir dann noch hinmachen, und zwar machen wir hier wieder unseren Hintergrundkreis, den kennen wir schon, wir deaktivieren Responsive Resize und ziehen das Ganze jetzt ein bisschen zusammen, und zwar, bis es passt, so etwa, das sieht auch gut aus, setzen den jetzt hier hin, drücken hier jetzt drauf, sagen Komponentengruppierung aufheben, so ist das keine Komponente mehr, beziehungsweise wir machen daraus jetzt eine neue Komponente, und zwar sagen wir hier, wir machen das Ganze kleiner, es soll nämlich nur minus 3 sein, hier auch minus 3, und die Weite soll auch nur minus 3 sein, und dasselbe auch noch hier unten, 3, 3, 3, ups, 3, und das hier auf 100% wieder, zack, diese beiden Sachen markieren wir uns jetzt, wieder schön zusammen, ups, das Ganze, warum macht er das? So, jetzt haben wir diese beiden Sachen, machen wieder STRG K, haben jetzt hier eine neue Komponente, sage Check Button, und sage hier, wir wollen noch einen neuen Zustand, beziehungsweise hier kopiere ich mir diese, diese Einstellung, sage neuer Zustand, sage hier Checked, und jetzt markiere ich diese Fläche, mache STRG C, STRG V, mache hier so einen Kreis in die Mitte, mache das Ganze dunkel, blende den Schatten aus, und das ist jetzt unser Checked Zustand, das ist eher ohne Checked Zustand, markiere mir jetzt den Kreis, ziehe den hier in die Mitte, drücke STRG C, STRG V, STRG C, STRG V, markiere mir diese drei, sage, sie sollen sich zueinander gleichmäßig ausrichten, sage, der in der Mitte soll Checked sein, markiere mir beide Kreise noch zusätzlich, drücke wieder STRG G, und zentriere mir das Ganze auf dem Canvas, und in diesem Moment habe ich, ja wunderbar, einen neuen Morphism Screen erstellt, das Ganze war jetzt nicht wirklich schwer, das heißt, man kann im Prinzip jede Form einfach aus der Fläche herausheben, dasselbe funktioniert auch, wenn wir den Schatten andersrum in eine Fläche reindrücken, das heißt, da müsste man einfach nur spiegelverkehrt machen, und den Schatten nach innen legen quasi. Das Ganze ist ein bisschen aufwendiger, werde ich jetzt in diesem Tutorial nicht ansprechen, ich finde, das hier reicht, wir werden das jetzt hier auch nachbauen, dass das, also nächste Woche nachbauen, sodass das hier auch in CSS so aussieht, wie es hier aussieht, auch wenn wir hier keine Interaktion hinterlegen werden, wenn ihr da gerne noch Interaktion hättet, wie man so einen Slider hier baut, wir werden die nächste Woche einfach nur simuliert dahin legen, quasi mit CSS, wenn ihr da gerne noch Funktionalität hättet, schreibt das doch mal in die Videokommentare, dann mache ich gerne noch ein drittes Video, wie wir mit JavaScript oder so etwas diese drei Slider hier, also diese drei Bilder noch mit dem Slider belegen können, wenn wir wollen. Wie gesagt, das war das Adobe XD Tutorial. Wie immer, diese Datei findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, sofern ihr beziehungsweise nicht in der Videobeschreibung verlinkt, sondern die findet ihr auf der Kanal-Member-Seite für alle Kanalmitglieder. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder mit der Umsetzung. Bis dahin, viel Spaß und ciao. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder was, habt ihr ganz oben in der Videobeschreibung, Discord, Twitter, Facebook, Instagram, schaut einfach vorbei. Wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung einige Filiate-Links oder ihr könnt diesen Kanal abonnieren beziehungsweise dem Kanal beitreten und diesen Channel so etwas supporten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis hin, wahnsinn, quer's. Bis dann, wir uns jetzt. Bis dann. Vielen Dank.